EA has a problem with Adama Suarez 83 Physis 81 Boah, was für ein Tier der Typ, ne? Der müsste eigentlich über 90 Physis haben, Adama, oder was sagt ihr, Chad? Safe, oder? Digga, das ist so eine Maschine, der reibt sich sogar mit Öl ein, damit die Leute den nicht halten können und so, richtig schlau